Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Fortnite die Stars. Oh, Fortnite die Stars. Und über Fische, genau. Fische mir. Ich hab ja noch einen grauen Fleck. Sollen wir da mal hin. Ja, und raus. Und raus. Das sind die besten Runden, wenn man sich so ein bisschen drauf konzentriert, die Map ein bisschen zu erhellen noch und dann gewinnt man. Erhellen? Oder auch Weiß machen vielleicht? Weiß machen vor allem. Das ist racist. Ja. Oh, das war die coole. Armhüten, da. Armhüten. Wem hüten? Nee, hier hast du gehst. Ich bin total dumm geflogen vielleicht. Aber nur möglicherweise. Möglicherweise, ja. Ich lande auf jeden Fall hier oben auf den Weg. Und dann sind wir bei der Lauf. Und... Und nicht aufgedeckt. Aber es ist so eine Ego-Kaserne. Ha, hab ich doch gesagt. Was bedeutet Ego? Was bedeutet Ego? Was bedeutet Ego eigentlich? Ja, dann würde ich sagen, schon mal auf Misty mehr das. Ja, zu einem, bitte. Misty! Zu einem! Ja, was ist denn bitte? Ich mache jetzt so ein paar Kills mit der Pistole. Ja. Hier ist auch ein Haus. Das gehe ich mal abchecken. Kleine? Ja. Ja. Okay. Weil ich sag's dir, da gibt's den geilsten Loot aller Zeiten. Ich nehme diesen einen Block aus hier. Ich nehme die Holmhüten. Holmhüten, Holmhüten. Da ist jetzt eine blaue Waffe drin. Ich fühl's. Ich fühl's. Ich weiß nicht, das habe ich gefühlt. Das hier eine... Ein lila Salbestimmgewirr drin ist. Hat das wirklich gefühlt. Ich habe auch eine grüne Assault-Rifle. Du kannst deine behalten. Ja, ich hab meine schon. Hä 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 hä. Schüsse. Da unten. Ich geh's mal abchecken, ne? Ja, ich komm auch mal. Da unten auch? Ja. Aber vielleicht finde ich davor noch geile Waffen wie in diesem Haus. Was? Hat sie auch noch sterben, gell? Was? Ja. Was? Was? Da, was the fuck. Bis jetzt. Das hat sich irgendwie wieder so ausgesehen wie so ein Anti-Spieler einfach. Nein. Du warst der Anti-Spieler, meine ich. Was ist das? Folge Dist. The worst smack talk in the history of smack talks. Smack-Topia. Ja. Smack-Topia. Oh fuck, wir sind ein bisschen... Vorne wird gebaut. Okay, vielleicht haben wir irgendwo ein Boot. Hä, wir sind eh gleich drüber, wir müssen nur die Fluss rüber. Vielleicht haben wir irgendwo ein Boot. Weil Boote-Kuh sind... Ah, haben wir ein Boot, siehst du? Was hat der jetzt gemacht? Ja, das war mir halt so hinter sich zugebaut. Und dann hat er so... Und dann so, no way, komm. Mach ich die nächste Wand auch nochmal auf. Wenn ich schon dabei bin, geh. Wenn ich schon dabei bin, scheiße zu bauen. Ha! Äh, Boot. Ich wüsste in der Fischehütten. Boote, Boote, Boote. Boote. Wo ist das Boot hin? Hä? Hier gibt's nichts geiles, das ist enttäuschend. Lass uns. So, 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 so. Noch 29. Hallo. Nein, grüß dich. Warte mal, ja, ich hab Muni für dich. Na ja. Also, ich hab seit... Hier ist nochmal so ein schwer... Großer Schildi. Ich hab schon drei. Ich hab auch... Ich hab auch zwei. Ich hab auch drei Midi-Kits. Also, ich bin heiltechnisch gut versorgt. Mhm, passt. Also, was waffentechnisch ist noch... bisschen kackt. Waffentisch geht's bei mir. Können wir mal einen Raketenwerfer. Ich leere Salbengewehr, finde ich ganz okay. Die Augen, meinst du? Mhm. Machst du die, oder wie? Ja. Schulde mal deinen Lack hier. Ja, pff. Lack schmack sein, Gunnar. Ah. Hab ich ja fast noch nie gehört. Hm. Meine Mini-Züge hast... Ja, ich bin der, wer ist mit der Garage eingesperrt. Super Sache. Gut, dann brauch ich die Garage auf jetzt. Ich geh einfach hinten rein. Ha! Danny ist wieder da! Ja. Hast du geklingelt? Machst du auch, bitte. Hallo. Hier ausgetreten. Ha? Hier ist eine grüne Sturmgewehr. Ja, hier ist ein gutes Snipergewehr. Ja, hier ist ein gutes Snipergewehr. Na, 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 na. Mach ein bisschen hier, Farm-Material sammeln. Farm-Material? Warte doch auf mich! Nicht Baup-Material. Ja, ich schaue doch bloß ein bisschen rum hier. Du musst bloß den ganzen Loot wegnehmen. Ich weiß es doch ganz genau. Ja, weil ich brauche doch nicht mehr viel! Genau deshalb. Ein paar lila Sachen, dies, das. Ein paar orangene Sachen. Dies und jenes. Dies und jenes. Das ist gut so. Ich sehe da eine Kiste, das ist meine Tipps. Die hier? Ja. Das ist meine. Okay, dann das ist eine meine. Das ist eine meine. Das ist eine meine. Ja. Ich sehe da schon was blaues. Da ist bestimmt nichts runtergefallen. Wo ist denn da zwei Kisten? Du hast beide genommen. Nein! Oh nein! Boah, jetzt habe ich meine runtergesprungen. Meine Kiste! Was ist das? Nein. Nö. Nicht so geiles. Im Trailer könnte man auch irgendwie so einen Hechtsprung aus hohen Höhlen machen. Aus hohen Höhlen? Aber irgendwie habe ich das bis jetzt noch nicht geschafft. Bis jetzt. Das leid mal lieber hier runter. Hui! Easy. Sind wir in den Top 25 schon wieder? Oh nein! Oh Gott, ich bin... Ich bin da an. Da wurde mir überrascht. Hauptsache ich habe erst mit meinem ersten Schuss mit dem Sniper... Keine Batsch, ich ziehe die hoch. Bin hier gar nicht. Doch, ich bin hier. Ich wusste nicht wohin, ey. Toll gemacht, Alex. Weil du bist so vorraschen musst. Oh Gott, ich habe mich voll überrascht. Ich habe mich voll erschrocken. Du hast auch gesehen, mein überraschtes Spam-Bauen hier. Ja. Ich habe erstmal... Ich war schon erstmal gezielt. Schön angeschossen werden von der Seite. Passt wunderbar. Und dann erstmal mit dem Sniper einen Schuss loslassen. Was ist los? Ja. Auf dem Boden am besten. Ich glaube, ich lasse hier einfach so. Wir lassen es so. Ich mache auch keine Card rein. Wir unterhalten die Leute so weiter. Okay. Leuchtet ganz gut. Stille. Warte, warte. Da ist noch ein grauer Fleck bei mir. Und da. Ich habe hier noch einen. Und da 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 noch einen. Ach stimmt. Die habe ich ja schon. Da lass jetzt doch drauf. Wollen wir da gehen? Ja. Oh yeah. Du schießt sie nicht an. Ich habe hier noch was gezeigt. Busfahrer danken. Ach so. Alles gut. Puh. Ich möchte doch aussteigen. Ich weiß nicht was ich da hatte. Das ist echt gefährlich. Haben wir eigentlich heute schon mal gewonnen? Schon, oder? Ja, haben wir gewonnen. Vor der Aufnahme. Das ist klassisch, ne? Okay, raus. Raus. Alles muss raus, zum Schlussverkauf. Mach mal. 90% auf alles, außer Tiernahrung. 90% auf alles. Das ist aber echt eine gute Idee. Ja, aber wenn du Tiernahrung brauchst, bist du am Aus. Gibt's wieder auch 90% drauf, wenn du Tiernahrung kaufst. Ne, ne. 90% außer Tiernahrung. Ich nehm das größere linke Haus. Du nimmst das kleinere rechte Haus. Okay, ich nehm das hier. Oh man, scheiß, mein Haus ist nicht vollständig. Fuck! Damn, mein Haus ist nicht vollständig. Okay, schon mal blaue Farmers. Haben wir gar keine Waffe. Kannst du das schon auch Blue Famoose? Blue Famoose. Blue Famoose. Ich kann nicht, ey, ich... noch keine Waffe haben. Hier ist ne grüne Maschinenpistole. Okay. Ich hab ne Scar. Ja, okay. Ich hasste dich. Nein. Wie hast du so viel Glück? Ich will auch mal was geiles haben. Du hast doch mich. Wie gesagt, ich will was geiles haben. Das ist unacceptabel. Das ist unacceptabel. Das ist halbe Häuser. Also ich hab ein Haus. Tja. Und ich hab das da. Wohin wollen wir gehen? Zu dem Fleck da vorne. Okay. Ach, zu dieser Sinnestation. Ja. Warum bin ich echt müde? Also grundlegende Frage. Vielleicht weil du gestern extrem lang gefeiert hast. Mit extrem viel stressigen Situationen. Möglich. 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 Möglich, hi. Hast du's entdeckt? Oder... Da liegt ein blauer Tank. Okay. Dann hol ich mir den Loot da oben. Allen Loot. Du bist so tot auf einmal. Schritte! Das ist deine... Farmers! Geh weg da! Schön. Das ist gar nicht erschrocken. War auch gar nicht nurig. Ich bin auch sehr froh, dass uns keiner gesehen hat. Vor allem ich so. Ich so, du stirbst da oben. Farmers! Getötet. Schön. Hier scheint dann alles gelootet zu sein. Ja, hier ist dann alles gelootet. Warum sagt ihr das immer mit dem Handy spielen? Ich verstehe es nicht. Ich habe es auch nicht. Oh! Oh! Kiste! Kriege Cliffs? Oder? In die Kiste! In die Kiste! Ich hole mich in die Kiste! Dort ist auch nicht wichtig. Geh ich wieder zurück. Nein, ich hole mir den. Drop! Bekomme ich einen... Goldene Farmers! Fischi? Ja. Okay. Bei mir ist es glaube ich, wenn ich hier oben liegse, hat sie etwas gezeigt. Oh! Nice! Eine P90! Passt! Oh! Böde! Oh! Hast du Maschinenpission Munition? Ähm... Jaaa... Bestimmt. Jaaa... 72. Lass mal rüberwachsen! Mh... Nee... Okay... Du bist nicht so ganz runtergerutscht. Hat sie jetzt halt angezeigt, dass es ein Feind ist. Naja... Nerf das? Bei mir kommt nichts mehr an. Ich habe auch nicht mehr gedrückt. Weil es mich genervt hat. Oh! Vielleicht... Oh! Bei mir kommt auch nichts mehr an. Wow! Oh! Oh, da ist auch wieder so ein Sport... So... So... So ein... So ein... Reitring. Oder so ein... Das kann ja kein Laufring sein. Das ist ja viel zu... Er ist wie so ein... So ein... Oh! Oh! Warte mal! Alex, komm mal her! Kann man die... Rasenmäher da fahren? Also das wäre so eine Zartsache, die wäre über nice. Aber glaube ich nicht. Ich hole mir erstmal da die Kiste. Rasenmäherrennen! Also wenn das kein... Kein Ding ist... Nein! Fallen wir sie nicht so... Vielleicht müssen wir die irgendwie aktivieren. Oh, warst du? Ich habe geschossen. Ich habe geschossen. Fallen wir sie nicht so, dass der da drinsitzt, dann musst du die Teile schieben. Ja. Oder wir... Nee, nee. Also bei dem hier stellst du dich hinten drauf und der fährt wahrscheinlich von selbst. Na vielleicht aktiviere ich das noch. Aber ich bin mir einfach sicher, dass wir das noch verwenden werden. Ja, ja. Da fasst es sich ja wohl. Oh! Oh! Da unten! Ah, wurde nebengeschossen, der Nap. Boah! Oh, das ist schlecht zu mir. Oh! Ja... Feinden! Ja, ich... Mach mal schnell. Oh, der Sniper. Der Sniper! Läuft doch auf dich zu, während ihr den trankenen weißt! Ja. Ah... War das ein Raketenwürfer? Oder? Warte. Ja. Hast du ein bisschen Muni für Stungweer und Sniper? Okay, Sniper reicht mir eigentlich. Sniper? Na ja, Stungweer habe ich nicht so viel. Okay. Kann ich... Oh! Ah, ist das ein blaues. Ich habe ein blaues Farmer. Ich hätte gerne ein blaues normales, aber ich habe hier drin auch eine Kiste gehört, deshalb... Wir sind noch 28 neben uns. Sieht sich gerade ein bisschen. Ein bisschen. Komm, hier ist er. Scheiße. Guck mal. Hey. War da noch jemand? Also, ich habe nur ihn gehört, aber es muss ja noch einer da sein. Oh, da ist eine Waffenverbesserungsstation. Ich habe nicht genug Zeug. Ah, mir fehlt es an Stein. Ah, mir fehlt es an Stein. Ich brauche nichts. Ich brauche nichts. Oh, hier ist eine Auge. Nehme ich mir mal. Besser als die Farmers. Ja, besser als die Farmers, aber im Grund immer noch das gleiche Gewehr. Also vom Ding her. Naja, aber macht nur Schaden. Wenn du die Auge haben willst. Wenn du die Auge haben willst, ich tausche sie gegen die Farmers. Ne, ne. Ne, ne. Ich habe eine... Scar. Scar meine ich. Ja, eben. Schaden. Oh, ich kann es. Wenn du mir, keine Ahnung, ich glaube noch 100 Stein gibst. Und 100 Eisen. Könnte ich vielleicht meinen... Nein. Stein. Meine Auge auch. Auch upgraden. Stein. Habe ich nicht mal 100. 90 habe ich da. Dann tue ich meine Schokolade upgraden. Ach, das ist ja nur eine grüne. Jetzt habe ich eine blaue Schoplinte. Ach, scheiße. Ich war nur eine grüne. Da ist ein Ding gelandet. Da ist ein Drop runter. Sonst. Ja. Totale Gönnung. Yolo. Bitte, nein. Hier sind... Hier liegen die Äpfel rum. Hier kann man die wahrscheinlich essen. Den mache ich diesmal ab, ok? Ja. So klar. Ist ja ganz... Oh nein. Oh. Natürlich. Na, aber ist doch cool. Ich bin mir sicher, da gibt es auch noch einen Auftrag. Ich sage mal so. Ich... Wenn wir jetzt so in den 4er Gruppen treten, bin ich es gar nicht. Okay, dann haben wir noch so ein Healer bisschen mit dabei, weißt? Ja. Aber jetzt haben wir... Wir haben... Du meinst eine Raketen werfe, ich Sniper und dann... Die noch mitschleppen, die da bräuchten... Die da bräuchten noch eine Stuggehr oder Maschinenpistole. Was? Ja. Da hoch? Ja, würde ich sagen. Es sind noch 8 Leute neben uns. Was machen wir Sachen? Oh, wie sind denn die Vektoren? Die sind schon abgerundet. Oh. Da geht's ab. Mhm. Ab, was hinter dir? Da kommt er hoch. Ich geh mal zu dir. Schild weg. Na ja, gut. Ausrichtspunkt. Oh, hier ist ein blaues Sniper, falls du das brauchst. Hab ich schon. Man muss den holen, komm. Der ist alleine. Ach, der, der, der. Hat der das da gebaut, oder wie? Der ist unten drunter. Schön. Er ist tot. Schlafend Knick. Brauchst du Muni-mäßig irgendwas? Oh, Maschinenpistole. Ich hab hier Schafzen. Maschinenpistole 600. Reichen, oder? Oh, oi. Ja, reichen, locker. Leg dich nie mit FTG an, wenn du hier willst. Oh, ja. Tot. Da hinten wird gebaut. Ich seh's nicht. Ach da. Ja, lass die doch mal bauen. Okay, der Spot hier ist echt, der ist echt ganz geil. Ja. Genauso wie ich halt schon öfters auch diese, diese, diese Fernro... Bin auch der Meinung, dass da vielleicht noch irgendwas kommt, questmäßig. Hast du denn da hinten eine Kiste, die noch nicht geöffnet worden ist? Ja, da neben der Fugio, hä? Ja, da bei dem Ba... Was ist ein Baum da? Oh, wow. Du bist mir sowieso fast... Lass uns doch mal ganz vorsichtig da hingehen. Okay, man muss jetzt sagen, da hinten wird noch gebaut und gefightet sogar, glaub ich. Unter der Brücke, wenn's... Ja, das... Ja, ich würd sagen, dass wir da fighten und zahlen. Ähm... Es sind nur fünf Leute neben uns. Das heißt, ein... Team ist... Ein... Ist einer alleine. Spiele du uns schon mal in die Karten. Na. Wir spielen nicht so gerne gegen Teams, die... Verzweit sind. Besser sind als wir. Wir spielen nicht gerne gegen Teams. Was? Baut so fünf Kilometer weiter, aber... Jo... Passt du mal. Jo mei. Jo mei. SOS. Ha! Das hätte ich ja da einfach... Nein, ich bin enttäuscht. Naja, aber es ist... Goldene Vorrats... Äh, goldene Stempel. Jo mei. Noch drei. Und die kämpfen da unten. Ja. Lass uns die Brücke gehen. Also ich glaub, es wird ein... One... Es wird ein 2 gegen 2 werden. Also wir... Wir mischen uns hier ein bisschen ein. Das würde hier wen wir machen. Naja. Oh fuck. Ich erwarte nix großes von mir. Links. Der hat kein Leben mehr. Der hat kein Leben mehr. Der hat kein Leben mehr. Äh, kein Schild mehr zumindest. Dahin ist auch noch einer. Boah. Der hat mich gewischt. Okay, warte mal Alex. Dann krieg ich zurück. Oh nein. Oh nein. Ja, okay. So. Wollen wir erstmal? Hast du Heilswerks dabei? Ich hab ein Medikit unten und einen großen... Warte. Medikit unten. Ich hab ein kleines Lüppis. Ich hab ein großes Lüppis. Medikit kannst einparken. Ich hab schon. Oh, der Kittenwerfer kommt. Oh, der Kittenwerfer kommt. Oh f*****. Auch f*****. Oh f*****. Oh f*****. Die Boundaries hat. Boah. Haben. Jawohl. Boah. 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 Tanzen. Ach so. Yeah, yeah. Boah, schön. Das war echt spannend ey. Ja. Okay, das war's mit der Folge. Wenn's euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren, posten euch. Wir hatten nicht vergessen, schaut bei den anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.